In diesem Video geht es darum, welche weiteren Informationen nach Erstellen bzw. Einfügen einer chemischen Verbindung im Chemotion ELN über die Substanz eingetragen werden können. Als Beispiel soll im folgenden Benzol dienen. Nach Abschluss einer Zeichnung kann unter Eigenschaften der automatisch vorgeschlagene Molekülname eingetragen werden. Neben dem Namen kann die relative und absolute Stereoselektivität angegeben werden. Zusätzlich kann ein weiterer Name sowie ein externes Label für den Eintrag erstellt werden. Externe Labels werden zum Beispiel dann vergeben, wenn die in Chemotion eingetragene Struktur auch in anderen Datenbanken registriert wird. Weitere Informationen, die eingetragen werden können, betreffen dann das Lösungsmittel und Eigenschaften wie Masse, Volumen, Stoffmenge, Siede und Schmelzpunkt, Dichte, Molare Konzentration und Reinheit. Hierbei ist zu beachten, dass entweder nur die Dichte oder nur die Molare Konzentration eingetragen werden kann, nicht beides zusammen. Bei Reihensubstanzen sollte die Dichte eingetragen werden und bei Substanzen in Lösung die Molare Konzentration. Durch Doppelklick auf die Einheit der entsprechenden Größe kann zwischen Dichte und Molare Konzentration gewechselt werden. Es ist ratsam, in regelmäßigen Abständen zu speichern, damit eingetragene Daten nicht verloren gehen. Wenn Informationen geändert beziehungsweise hinzugefügt werden, hat die obere Leiste eine hellblaue Farbe. Nach dem Speichern ändert sich die Farbe von hellblau zu dunkelblau. Die Dichte bei Flüssigkeiten bzw. die Molare Konzentration bei gelösten Feststoffen ist hierbei wichtig, damit Chemotion mit einer Volumenangabe auch die Masse und somit später die Ausbeutenberechnung des Produktes automatisch ermitteln kann. Weiter unten im Fenster ist noch Platz für eine Beschreibung sowie ein Feld für den Eintrag des Lagerortes der Chemikalie. Im Feld Elemental Composition berechnet Chemotion die theoretische Zusammensetzung des Moleküls. Hier können auch die experimentellen Daten einer Elementaranalyse hinzugefügt werden. Unter Chemical Identifies sind automatisch erstellte SMILES-Codes und Mol-Files zu finden. Auch INCHI-Codes werden angegeben, wobei beim Klicken auf das INCHI-Feld zwischen dem INCHI und dem INCHI-Keycode gewechselt werden kann. Alternativ können an dieser Stelle auch SMILES-Codes eingefügt werden, woraus die Struktur automatisch gezeichnet wird. Das entsprechende Vorgehen wird in einem separaten Video näher erläutert. Zusätzlich kann hier auch die Customer eingetragen werden. Im Reiter direkt unter dem Zeichenfeld können neben den Eigenschaften auch Analysedaten, wie zum Beispiel einem R-Spektrum, eingefügt werden. Das entsprechende Vorgehen wird in einem separaten Video erklärt. Sind Moleküle bereits veröffentlicht oder basieren die Moleküle auf einer Veröffentlichung, kann zusätzlich Literatur hinzugefügt werden, wobei über die DOI-Kennung direkt ein Link zur Originalliteratur in Chemotion hinterlegt wird. Vielen Dank für's Zuschauen! Vielen Dank für's Zuschauen! Vielen Dank!